Willkommen zu dieser 195. Ausgabe von Europe Calling und wunderbar, dass über 2000, 2100 sogar von euch heute Abend bei unserer Wahlanalyse mit Dr. Johannes Lindner dabei sind. Lieber Johannes, danke, dass das heute Abend bei dir klappt und ich bin schon sehr gespannt auf deine Analyse und auch ganz besonders auf eure Fragen. Dafür wollen wir uns nämlich heute besonders viel Zeit nehmen. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und bevor es losgeht, wie immer, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wie die meisten von euch wissen, benutzen wir bei Europe Calling Slido, wo ihr eure Fragen stellen könnt und die Fragen der anderen bewerten. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Stellt da eure Fragen und bewertet die der anderen mit einem Daumen hoch. Ich habe sogar auch die Antwortfunktionen drauf gemacht. Wenn ihr also auf andere reagieren würdet, macht das gerne auch. So kriegen wir es vielleicht hin, dass wir die Fragen, die die meisten von euch interessieren, bei so vielen Anmeldungen dann auch beantworten können. Ganz wichtig, wenn ihr eine Frage stellt, bitte schreibt einen Namen dazu. Wenn es nicht euer eigener ist, dann denkt euch einen schönen aus. Das ist einfach viel angenehmer, als wenn ich anonyme Userin sagen muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Nun geht es aber los und wir hören jetzt erst von Johannes Lindner und haben dann viel Zeit für Fragen und Diskussionen. Ich will Johannes kurz vorstellen. Er ist Co-Direktor des Jacques Delors Centers der Hertie School in Berlin. Das Center ist ein bekannter europäischer, europapolitischer Think Tank. Und Johannes ist gelernter Volkswirt und hat unter anderem bei der Europäischen Zentralbank und vielen anderen Stationen gearbeitet und ist jetzt beim Jacques Delors Center auch für diese Themen verantwortlich, neben seiner Rolle als Co-Direktor. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben, als wir uns hier verabredet haben vor einem Monat, haben wir gesagt, Donnerstag ist gar nicht schlecht. Dann hat sich vielleicht schon ein bisschen was gesettelt an Staub. Also wenn man so nach Frankreich und andere Länder guckt, hat man nicht so das Gefühl, dass sich der Staub schon gelegt hat, sondern da ist eine ganz schöne Staubwolke. Von daher bin ich sehr gespannt, wie weit wir heute kommen und ob wir uns dann einfach nochmal sehen, wenn der Staub sich wirklich gelegt hat. Deswegen übergebe ich jetzt an Johannes Lindner, der noch einmal swappen, bitte, Johannes. Ah, okay. Mach nochmal, damit die Folien klappen. Muss ich ganz kurz noch, genau, einmal, so. Ist es jetzt gut? Warte kurz. Nee, immer noch nicht. Mach nochmal, irgendwas hat nicht geklappt. Entschuldigung, wir hatten das vorher geprobt, aber... Wir haben es geprobt, aber wie gute, wie gute, jede gute Generalprobe. Wartet kurz. Ganz kurz, Entschuldigung. Share Screen. Dann habe ich den hier so. Und jetzt... Nee, Augenblick, Entschuldigung. Ganz kurz. Ich gehe nochmal ganz kurz hier da drauf. So. Und... Jetzt swappen. Genau. Swappen. So? Oder immer noch nicht? Jetzt. Perfekt. Los geht's. Johannes Lindner. Sehr schön, wunderbar. Freue mich sehr, dass wir das auch technisch hingekriegt haben. Ich möchte gerne heute einen Überblick geben zu den Europawahlen. Wird das neue Parlament vorstellen. Wird sagen, was bedeutet das für die Wahl der Kommissionspräsidentin bis der Kommissionspräsidenten und für die weitere Agenda, die wir in den nächsten fünf Jahren sehen, die weitere EU-Agenda. Und ich werde auch kurz auf Frankreich eingehen. Meine Hauptmessage ist, dass wir, was das Europäische Parlament sehen, eine proeuropäische Mehrheit haben. Das heißt, es hat eine Rechtsverschiebung gegeben. Aber diese Rechtsverschiebung hat die proeuropäische Mehrheit. Eine zentrale Koalition, die sich da unter Umständen entstehen kann, auf jeden Fall eine proeuropäische Mehrheit, hat es nicht in Gefahr gebracht. Das Interessante ist, dass wir in der Diskussion über eine mögliche Rechtsverschiebung uns vor allem den Effekt auf den Rat angucken müssen. Und das Zusammenspiel des Europäischen Parlaments mit dem Rat wird für die Agenda der nächsten fünf Jahre besonders wichtig sein. Also, erster Teil, gucken wir uns an, was haben die europäischen Wahlen gebracht? Wie sieht das neue Europäische Parlament aus? Und hier ist der Vergleich zum letzten Europäischen Parlament natürlich wichtig. So sah das Europäische Parlament letztes Mal aus, vor fünf Jahren. Und so sieht es heute aus. Das heißt, wir haben einen Gewinn auf der rechten Seite. Das heißt, die extreme Rechte hat 50 neue Sitze bekommen. Aber es gibt eine Mehrheit von EVP, der Europäischen Volkspartei, der SND und der Liberalen hier Renew. Grüne und Liberale haben verloren an Sitzen. Aber wie gesagt, diese hohe europäische oder zentrale Mehrheit besteht weiter mit 403 zu 720 Sitzen. Was die Wahlbeteiligung betrifft, haben wir ein positives Resultat im Sinne von, dass der Trend, der Abwärtstrend, den wir bis 2014 gesehen haben, der ja fast auf skurril war. Aber das Parlament hat immer mehr Macht bekommen. Und die Wahlbeteiligung war immer wieder zurück und runter gegangen, dass dieser Trend, der 2019 gebrochen worden ist, dass sich das zumindest so positiv fortgesetzt hat, dass es nicht wieder runter gegangen ist, sondern dass es nur quasi auf dem Niveau gleich geblieben ist, ein bisschen angestiegen ist. Einige hatten gehofft, dass es vielleicht nochmal wieder einen zusätzlichen Push nach oben gegeben hat. Den hat es aber in der Form nicht gegeben, sondern man hat das Niveau von 2019 mehr oder weniger gehalten. Gucken wir uns an, was hat die Europawahl für Deutschland bedeutet. Weil man muss schon sagen, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt der Tatsache, wie diese Europawahl stattfindet, wie die Europawahl auch organisiert ist, dass wir 27 nationale Europawahlen haben. Das heißt, dass auch nationale Faktoren eben für diese Europawahl eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dass auch ihre Europawahl von vielen dann und von den politischen Handelnden in den nationalen Mitgliedstaaten auch national interpretiert wird. Und in Deutschland ist das der Fall, dass wir gesehen haben, dass die Union als größte Oppositionspartei sehr gut abgeschnitten hat mit 30 Prozent. Viele von Ihnen kennen diese Zahlen bereits mit 30 Prozent, die AfD mit 16, anderen mit 14. Das hängt auch damit zusammen, dass es keine 5-Prozent-Hürde gibt bei der Europawahl. Und die SPD mit 14, die Grünen bei 12. Das heißt, insbesondere die Grünen, die vor fünf Jahren besonders gut waren, FDP bei 5 und Bündnis, Sarah Wagenknecht, als erstes Mal neu angetreten mit 6. Das heißt, die Grünen, die letztes Mal besonders gut abgeschnitten hatten, 2019, haben starke Verluste zu verzeichnen gehabt. Was, wenn wir uns die Wahlbeteiligung angucken, so ist die Wahlbeteiligung in Deutschland leicht, also höher angestiegen und liegt über oberhalb des europäischen Trends insgesamt. So, was ist mitzunehmen aus den deutschen Zahlen? Neben der Tatsache, dass die AfD besonders gut insgesamt abgeschnitten hat, ist für die AfD, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir eine starke Konzentration in Thüringen haben. Entschuldigung, eine starke Konzentration im Ostdeutschland haben. Ich habe jetzt hier mal die Zahlen aus Thüringen mitgebracht, wo wir eben sehen, dass die AfD, und das ist vergleichbar, ich habe nur Thüringen genommen, weil es auch eines der beiden Bundesländer ist, wo im September dann eine Landtagswahl ansteht. Das ist 30 Prozent AfD und dazu noch Bündnis Sarah Wagenknecht mit 15. Das heißt, das ist eine absolute Mehrheit von zwei Parteien, die sich deutlich von den etablierten Parteien absetzen. Und das Zweite, was, glaube ich, viele auch am Sonntag dann mitgenommen haben, ist, dass wir eben sehen, in den Erstwählern, also von 16- bis 24-Jährigen, und bei der Europawahl war es jetzt das erste Mal, dass sogar 16- bis 18-Jährige wählen konnten, wir eben auch nicht den Trend hatten, denn sich der früher oder beziehungsweise das Phänomen, was früher häufig der Fall war, dass Jungwähler Grüne und SPD eher gewählt haben. Zum Teil hatten wir bei der Bundestagswahl auch noch FDP stärker, weil die aus der Opposition heraus attraktiv waren. Dass das in der Form so nicht zu sehen ist, sondern die CDU ist mit 17 und die AfD ist mit 17, die sind die beiden stärksten Parteien bei den Jungwählern. Die AfD ist damit quasi vergleichbar mit dem allgemeinen Trend, aber eben nicht deutlich unterhalb anderer Altersgruppen. Und das andere, was man sehen kann, und das ist auch interessant, dass sich die Jungwähler zum Teil auch kleinere Parteien angeguckt haben. Also ganz interessant ist hier das gute Abschneiden eben der pro-europäischen Partei oder der stark europäisch auftretenden Partei Volt. Das ist wichtig für Deutschland und es ist wichtig für Deutschland, weil wir gleich im zweiten Schritt noch mal darauf hinaus, noch mal zurückgehen auf die Frage, wie interpretieren nationale Regierungen die europäische Ergebnisse? Wenn wir uns angucken, was waren die Beweggründe, fand ich zwei Sachen interessant. Wenn man sich 2019 anguckt, war 2019 die Zahl derjenigen, die gesagt haben, wahlentscheidend für mich ist die Bundespolitik, lag bei 47 und die Europapolitik bei 45. Das hat sich in dieser Wahl verschoben. Dieses Mal sagen, 55 ist die Bundespolitik, die das entscheidend war und nur 38 die Europapolitik. Ich glaube, das ist für zwei Sachen wichtig. Das ist einmal als wichtig für die Frage, wie stark war es auch in Protestwahl gegen die Ampel. Und es ist für die Frage, wiefern schaffen wir das bei Europawahlen, auch so eine Art europäischen Diskurs hinzukriegen, dass eine europäische Debatte stattfindet. Und die Zahlen hier zeigen, dass es im Vergleich zu 2019 eher etwas schlechter der Fall war. Das andere, was ich spannend fand, das ist eine Zahl, die auch Infratest direkt noch am Wahlerabend vorgestellt hat, ist, dass wir quasi auf die Einschätzungen, was bringt die EU-Mitgliedschaft für Deutschland, dass wir dort auch eine leichte Reduzierung haben von denjenigen, die sagen, die EU-Mitgliedschaft sorgt dafür, dass es wirtschaftlich gut geht. Es ist besser als, die EU kann besser als Einzelnänder, die auf globale Probleme reagieren und wie stark die EU quasi die Sicherheit garantiert, wie stark sich Schutz vor Krisenzeiten bringt. Also schon eine gewisse Verschiebung. Das ist im Vergleich auch zu anderen Mitgliedstaaten immer noch auf einem hohen Niveau in Deutschland. Aber trotzdem auch da eben eine leichte Reduzierung und zum Teil bei den wirtschaftlichen Themen sogar eine stärkere Reduzierung im Vergleich zu 2019. So, der zweite große Mitgliedstaat, bei dem das Ergebnis große Furore gesorgt hat und die auch beide natürlich als große Mitgliedstaaten dann auch eine Auswirkung, starke Auswirkung hatten auf die Sitzverteilung im Europäischen Parlament, ist das Wahlergebnis in Frankreich. Dort hat der Präsident mit seiner Partei Renaissance eben eine starke Reduzierung erlebt und die Wahlergebnisse für die Partei von Marine Le Pen, Rassemblee National, ist doppelt so groß, mehr als doppelt so groß als Renaissance. Und die Wahlbeteiligung hier ist auch dort nur leicht höher gewesen, als es 2019 der Fall war. Aber auch da sieht man das ehlinienlichen Trend, dass der Push, den wir 2019 nach oben gesehen haben, gehalten wird und noch eine kleine Erhöhung stattgefunden hat. Das heißt, für Frankreich ganz wichtig, dann mit Auswirkung auch auf das Europäische Parlament, eben ein starker Gewinn für Rassemblee National. Und das hat dann innenpolitische Folgen gehabt, auf die ich gleich zurückkomme. So, also was heißt das jetzt für das Europäische Parlament? Wir haben eine Verschiebung nach rechts, aber insgesamt noch eine pro-europäische Mehrheit im Europäischen Parlament. Wir haben jetzt in diesen Tagen werden sich, das muss noch bis Anfang Juli stattfinden, werden sich die Gruppen formieren. Das heißt, es ist die große Frage, wie sich einige der noch nicht zugeordneten Parteien, wie sie sich einordnen werden. Was wird jetzt genau aus der AfD, die ja aus der ID-Gruppe rausgeschlossen worden ist? Wie orientiert sich die Fidesz? Was wird aus Babic, Papai, Arno? Also da können sich sowohl noch neue Gruppen formieren, als auch das Anschließen dieser Gruppe, dieser Parteien in die bestehenden Gruppen, beziehungsweise auch eine Regruppierung aus Renew weg. Das wäre für Babic der Fall. Oder eben, das wurde spekuliert, halte ich aber für eher unwahrscheinlich vielleicht eine Neugründung einer großen rechtsextremen Gruppierung aus ICA, also der konservativen, und der Idee, der jetzigen Idee mit den vielen der neuen MEPs. Wie gesagt, das halte ich für unwahrscheinlich. Die relative Größenveränderung hat insofern eine Wirkung, weil es dann in der Frage, wer kriegt Ausschussvorsitzende, auch eine Wirkung hat. Und insofern hat diese Gruppenformierung schon nochmal eine Wichtigkeit, wird aber an der Grundmessage, nämlich, dass es eine proeuropäische Mehrheit im Parlament gibt, nichts verändern. Viel Aufmerksamkeit auf Deutschland und Frankreich, aufgrund der Zugewinne der Rechten und der Neuwahl in Frankreich, auf die wir noch gleich zurückkommen, und eben auch Verluste bei den Grünen. Und dadurch, dass das eben die beiden größten Mitgliedstaaten sind, hat deren Wahlergebnis einen starken Ausfluss gehabt für die gesamte Sitzverteilung des Europäischen Parlaments. Aber dieser Blick auf Deutschland und Frankreich sollte uns nicht daran hindern, eben zu sehen, dass in anderen Ländern auch ein gegenteiliger Trend war. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, es sind eigentlich 27 nationale Wahlen, und es ist interessant, wie in Schweden oder Dänemark eben Grüne und Sozialdemokraten sehr gut abgeschlossen hat. Also es nicht den klaren Trend gibt, dass populistische oder rechtsextreme Parteien quasi in allen Mitgliedstaaten gewonnen haben. Polen beispielsweise hat auch die Partei von Premierminister Tusk gut abgeschnitten. So, was bedeutet das jetzt im nächsten Schritt für die neue Kommission? Da sind drei Schritte wichtig. Wenn eine Nominierung der Top-Jobs festgelegt, dann kommt es im Parlament zu einer Wahl der Kommissionspräsidentin, und dann wird das Kollege der Kommissare bestimmt. Gucken wir uns das kurz mal in den Schritten an. Erst Nominierung der Kommissionspräsidentin durch qualifizierte Mehrheit im Europäischen Rat. Hier ist es wichtig, dass das Teil eines Gesamtpaketes sein wird, was quasi die Parteienfamilien, die Regionen, auch Geschlechter berücksichtigt. Das heißt, die werden ein Gesamtpaket machen aus dem Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, außer der Präsidentin des Europäischen Rats und des Kommissionspräsidenten. Hier wird erwartet, dass auch im Sinne des Spitzenkandidatenprinzips die EVP mit Ursula von der Leyen sich durchsetzen wird und dass Ursula von der Leyen Teil dieses Kommissionspakets sein wird. Die beiden anderen, die im Gespräch sind, sind Kalas, die estnische Premierministerin und der ehemalige portugiesische Premierminister als Vorsitzende des Europäischen Rates. Dann kommt dieser Vorschlag in das Parlament. Und hier ist es wichtig, dass es keine Fraktionszwang im Europäischen Parlament gibt. Das heißt, es gibt immer innerhalb, das heißt, der Zusammenschluss der einzelnen Parteien ist nicht besonders stark. Das heißt, es kann immer auch zu Abweichern kommen. Und das andere, was wichtig ist, diese Wahl ist geheim. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, welche Gruppen dann im Endeffekt für den Kandidaten, der vorgeschlagen worden ist oder die Kandidatin vom Europäischen Rat, dann abgestimmt haben. Und hier möchte ich Ihnen drei Sachen zeigen. Das eineseits, die proeuropäische Mehrheit, die ich bereits benannt habe, die würde eben an sich ausreichen für eine Kandidatin Ursula von der Leyen. Aber wenn wir von 20 oder 15 Prozent Abweichern ausgehen, würde das, und das ist die mittlere Grafik, würde das durchaus nicht ausreichen. Und deshalb wäre es aus Sicht von von der Leyen wichtig zu gucken, wen nimmt sie mit an Bord, damit ihre Hauptmehrheit quasi ausreichen wird. Denn sie hat nur eine Möglichkeit, also quasi hat nur einen, es wird nur einen Vorschlag geben und sie hat nur eine Möglichkeit, die Mehrheit zu bekommen. Und insofern ist es wichtig, dass sie da mit einer sicheren Einschätzung reingeht, dass sie auch die Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt. Letztes Mal hatte sie nur neun Stimmen Mehrheit. Das heißt, es kann durchaus eine knappe Sache sein. Und da ist es eben interessant zu sehen, ob sie sich auf die Grünen zu bewegt und sagt, wir nehmen die Grünen an Bord. Das würde jetzt in dem Beispiel hier links sein. Das heißt, da hat sie dann ihren Puffer von, also hat sie einen zusätzlichen Puffer, der selbst eine Abweichlung von 15 Prozent eben wettmachen würden. Und Abweichler bedeutet das zum Beispiel, die EVP-Gruppe aus Frankreich hat bereits angekündigt, sie würden wahrscheinlich nicht für von der Leyen stimmen. Abweichler sind zum Beispiel die FDP, die bereits auch signalisiert hat, sie sind sich noch nicht sicher oder werden vielleicht auch nicht für von der Leyen stimmen. Das heißt, es ist interessant zu sehen, was gibt sie quasi sowohl den Sozialdemokraten als auch den Liberalen, um diese Koalition zu schmieden. Und zweitens, wen holt sie mit an Bord? Sie könnte sich nicht allein auf eine Koalition mit den Konservativen, IKA, quasi beziehen. Dafür würde die Mehrheit nicht reichen. Es kann aber sein, dass sie informell quasi guckt, ob sie nicht auch bestimmte Stimmen von IKR dazu bekommen wird. Das ist so. Damit kommen wir dann in den Wahlgang der Kommissionspräsidentin. Und dann beginnt aber eigentlich erst der Prozess, dass die Kommissare vorgeschlagen werden aus den Mitgliedstaaten, dass Parlament die Möglichkeit hat, die Kommissare auch inhaltlich noch zu interviewen, Anhörungen stattfinden. Und dann am Ende des Anhörungsprozesses wird das Parlament nochmal über die gesamte Kommission abstimmen. Und ich glaube, dass hier dann auch nochmal ein großer Prozess stattfinden wird, wo dann die inhaltliche Festlegung mit den einzelnen Kommissaren stattfindet. Und das Parlament die Möglichkeit hat, dann den einzelnen Kommissions, also der einzelnen Kandidaten dann für die jeweiligen Kommissionsportfolio inhaltlich auf den Zahn zu führen. So, was bedeutet das jetzt? Komme ich zum Abschluss. Was bedeutet das jetzt für die weitere Agenda für die EU? Da möchte ich zunächst mit dem Europäischen Parlament anfangen. Ich habe, glaube ich, Ihnen ganz gut dargestellt, dass eine zentrale Rolle der Europäischen Volkspartei besteht. Diese zentrale Rolle besteht darin, dass es keine wirkliche linke Mehrheit neben der Europäischen Volkspartei geben wird. Das heißt, die Europäische Volkspartei wird im Wesentlichen auf eine quasi proeuropäische Mehrheit mit den Sozialdemokraten und den Liberalen angewiesen sein oder beziehungsweise wird im Wesentlichen eigentlich versuchen werden, mit dieser Koalition zu reagieren. Sie hat aber die Möglichkeit, sich auch in einzelnen Dossiers mit IKR, also das ist die Gruppe, die vor allem insbesondere Meloni sitzt, in einzelnen Dossiers unter Umständen in Richtung dieser Gruppe alternative Mehrheiten zu bauen. Und zusammen mit der Tatsache, dass die EVP sowieso schon langsam etwas in dem Vorfeld des Wahlkampfs in Richtung, quasi auf die rechtere Seite geschwenkt ist, kann es schon sein, dass wir nach dieser ersten Wahl zur Kommissionspräsidentin, wir unter Umständen in einzelnen Dossiers alternative Mehrheiten sehen, die nicht mehr auf die komplett proeuropäische Koalition berücksichtigen. Das heißt, es ist interessant zu sehen, wie nach der ursprünglichen Wahl zur Kommissionspräsidentin, was für ein Commitment es gibt, dass sie sich allein auf die zentrale proeuropäische Mehrheit stützt oder ob sie in einzelnen Dossiers doch anfängt, sich mit insbesondere der IKR zusammenzutun. Der zweite wichtige Channel ist aber die Frage, quasi wie, was folgert aus der Europawahl für die Handlungsfähigkeit des Europäischen Rates. Und da macht mir besonders Sorge, dass wir in Deutschland und Frankreich, die ja eine Art quasi Motorfunktion haben sollten im Europäischen Rat, so eine Art Leadership-Funktion, dass die beide letztlich geschwächt sind. Auf Frankreich gehe ich gleich ein. Aber auch in Deutschland ist der starke Gewinn, die starke Rolle der AfD, die starke auch quasi die starken Spannungen innerhalb der Ampel wird eher nicht dazu führen, dass Deutschland viel politisches Kapital, dass die deutsche Regierung viel politisches Kapital jetzt in den Gestaltungsanspruch in die Europapolitik setzt. Und das bedeutet, dass halt vor allem, während wir eine quasi zentrale proeuropäische Mehrheit im Europäischen Parlament haben werden, wird, ist die große Frage, inwiefern der Europäische Rat jetzt eine stärkere, quasi im Europäischen Rat stärker auch quasi den Leadership von Deutschland und Frankreich sieht. Außerdem sehen wir, dass es eine weitere, quasi weitere Wahlen geben wird. Und insbesondere, wenn man sich auf Österreich konzentriert, aber auch die Formierung der neuen Regierung in Niederlande, wir eine quasi sukzessive Ausbreitung der Regierung haben, die sich entweder schon aus Populisten zusammensetzt oder die zumindest sehr vorsichtig sind, weil sie populistische Parteien in ihren nationalen Parlamenten hat und erwartet, dass diese populistischen Parteien auch einen stärkeren Einfluss gewinnen. Das heißt, der Rat ist eigentlich der Channel, der Kanal, wo wir sehen, dass eben der Einfluss, ob skeptischer oder kritischer populistischer Parteien stärker zunehmen wird oder schon einen Einfluss gewinnen. Jetzt erlauben Sie mir noch ganz kurz ein Wort zu Frankreich. Also, uns alle hat die Entscheidung Emmanuel Macrons doch überrascht, zu sagen, noch bevor die Wahllokale in Italien geschlossen haben, wie ich löse die Nationalversammlung aus. Das kann der Präsident in der Fünften Republik und hat angekündigt, dass er bereits in weniger als drei Wochen das zu Wahlen kommt zur Nationalversammlung. Hier muss man wissen, wie funktioniert die Wahlen in der Nationalversammlung. Das sind Wahlkreise und die Kandidaten, zwei oder drei Kandidaten, die die meisten Stimmen bekommen haben, gehen dann, falls nicht einer der Kandidaten bereits im ersten Wahlkreis, gleich in der ersten Wahlrunde 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, die müssen sich dann nochmal in einer zweiten Runde wählen. Was ist wahrscheinlich die zwei, wenn man sich jetzt das Momentum anguckt, was Rassemblee Nationale bekommt, die möglicherweise wahrscheinlichsten Szenarien sind entweder wirklich ein Gewinn von Rassemblee Nationale oder eben eine unklare Mehrheit, wo ein Linksblock, Renaissance als Mittelblock und der Linksblock, die Partei von Macron und die Rassemblee Nationale quasi eine unklare Mehrheitssituation bringen. Die Hoffnung von Macron ist natürlich, dass er jetzt es so schafft, dass er eine Mehrheit, eine wirkliche Mehrheit in der Rassemblee Nationale bekommt. Aber die jetzigen Zahlen, das erste Feedback, das bekommt, sieht eben nicht danach aus, dass er das erreichen wird. Dann kommt es, sollte es wirklich zu einer Rechtssystemregierung haben, hätten wir eine Koabitation von einem Premierminister, einer Premierministerin von Rassemblee Nationale. Und das wäre wirklich ein krasser Stresstest für die französische Demokratie. Wir können dann gleich nochmal in der Diskussion dazu eingehen, wie das dann was bedeuten würde, wie viel Macht das Parlament dann hätte, beziehungsweise diese neue Regierung hätte und wie viel Macht noch Macron bleiben würde. Die Befürchtung wäre aber, dass seine Hände, gerade auch in der Möglichkeit, was das dann bedeutet, für die Europapolitik, seine Hände ziemlich gebunden sind. Und damit möchte ich eigentlich schließen und dann in der Diskussion auf die weiteren Themen eingehen. Ich glaube nur, wenn man sich jetzt genau anguckt, was heißt die Agenda? Was heißt es einer proeuropäischen Mehrheit im Europäischen Parlament? Einen wahrscheinlich weniger starken Leadership innerhalb des Europäischen Rates. Was heißt das? Und eine leichte Rechtsverschiebung in beiden Institutionen. Was heißt das für die Themen? Da muss man sich angucken, da gibt es verschiedene Dimensionen. Einmal die Dimension rechts, links. Und wir werden wahrscheinlich eine leichte Verschiebung in Richtung nach rechts sehen, was die thematischen Schwerpunkte betrifft. Das bedeutet Verteidigung. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit wird an Prominenz stärker gewinnen. Wir haben aber auch eine Verschiebung zwischen möglicherweise in der Dimension nationale Lösungen versus europäische Lösungen. Es gibt viele der sehr kritischen, populistischen Parteien, werden wirklich versuchen, dass eine stärkere europäische Lösungen eher untergraben werden. Auch ist noch nicht 100 Prozent klar, wie dieser Rechtsschwenk sich quasi dann im Rahmen dieses nationalen Lösungs- versus europäischen Lösungen auswirken wird. Und letztens, Letzteres ist die Frage quasi die Dimension, welche Handlungsfähigkeit hat die europäische Ebene? Kommt es jetzt dazu, dass es eigentlich eher zu einer Blockade kommt, dass der Rat keine Entscheidung wirklich so stark trifft? Oder das heißt, das wäre die Dimension, dass wir eigentlich quasi entweder, dass wir also weniger an Handlungsfähigkeit haben. Also rechts, links, die Frage national-europäisch und die Frage der quasi, wie handlungsfähig sind die Institutionen? Und das hat natürlich auch Wirkung dann auf die Themen wie Haushalt, Klima, Migration und Erweiterung. Aber da möchte ich dann in der Diskussion einsteigen. Prima, vielen Dank dir. Ich mache nochmal deine Freigabe aus. Wow, das war ein richtig guter Ritt. Mir ist ja bei all den Bedenken und Sorgen, die auch in den Fragen von euch kommen und so, mir einfach gerade eingefallen, dass ja vor 80 Jahren der Jahrestag oder vor 80 Jahren die Alliierten in der Bretagne gelandet sind und wenn man jetzt nicht zurückdenkt, wenn ich über die europäische Demokratie rede, eben auch in der Situation, wo es wirklich schwerfällt und wo Dinge passieren, wo sich Dinge ändern, wo Sorgen gibt, das ist doch eigentlich großartig, dass wir diese Demokratie haben. Und du hast gerade darüber geredet, wie sich 27 Mitgliedstaaten, die sich lange im Krieg befunden haben, miteinander jetzt gemeinsam eine Demokratie machen mit all den Herausforderungen, das will ich nochmal so als Meta, weil mir das gerade so gekommen ist, einfach sagen, ich glaube, das europäische Projekt muss man auch in so einer Situation wertschätzen und deswegen machen wir das ja alles, weil wir diese Europäische Union ja haben wollen, weil sie gerade auch den Frieden schützt. Und das jetzt nur als kurzer Eingang und ich will dir eine direkte Nachfrage stellen, bevor wir in die Publikumsfragen gehen, was mich nämlich gewundert hat, ist, du meintest, du findest es unwahrscheinlich, dass es zu einer rechtsextremen oder fahrweit rechtsaußen Supergruppe kommt, also ID und ECR zusammen, Le Pen und Meloni wäre das ja letztlich dann, wenn man es an Personen festmacht. Warum denkst du das? Ich glaube, und das ist wirklich auch ganz interessant für die weitere Agendasetzung, Ich glaube, dass es aus der Sicht von Meloni und quasi der Playern in der EKR-Gruppe interessant wäre, sich quasi abzugrenzen und von den noch weiter rechtsstehenden. In einer interessanten Weise sehen wir das ja bei Le Pen gegenüber der AfD und so sehe ich das auch für Meloni gegenüber den anderen weiter rechtsstehenden, weiter rechtsextremen Playern. Denn das interessante Spiel, und Meloni ist gestärkt aus dieser Wahl rausgegangen. In Italien hat sie quasi die Gewinne erzielt auf Kosten von Salvini, der ganz viele Stimmen verloren hat. Das heißt, ich glaube, die haben ein Interesse letztlich, doch als möglicher Koalition, Koalition kann man nicht sagen, aber als möglicher Partner für die EVP zu erscheinen und damit die Agenda auch mit zu beeinflussen. Weil ich ja gesagt habe, dass es entscheidend und interessant ist zu sehen, wie diese hoheuropäische Mehrheit um die EVP herum mit Liberalen und SND, wie stark die hält, wie stark die sich quasi formiert, auch was die SND an Commitment von der Leyen und von Manfred Weder bekommt, dass sie quasi nicht nur in dem ersten Wahl zur Kommissionspräsidentin, sondern vielleicht über die Legislaturperiode quasi durchweg, auch zu den Gesetzesvorschlägen, dass sie dann auch als geschlossener Block quasi abstimmen. Und da hat sowohl von der Leyen Interesse, die EKR nicht komplett zu ignorieren, weil es natürlich ihre Macht stärkt als zentrale Gruppe, als auch Meloni hat ein Interesse, EKR mit ins Spiel zu halten. Und deshalb wäre meine Vermutung, dass es eben nicht zu einer großen rechtsextremen Gruppe kommt, sondern dass die sich eher aufspalten oder aufteilen. Spannend. Wir werden es bald wissen, aber es gab ja auch in der Geschichte immer wieder Versuche, eine große Gruppe zu bilden, eine Rechtsextreme. Das hat auch nie geklappt. Also seit Beginn des Europaparlaments 1979 gab es ja immer wieder Versuche. Es ist gespannt zu sehen, was jetzt passiert. Jetzt gehen wir mal in die Publikumsfragen. Wir haben jetzt 61 Fragen. Stellt das gerne auch noch weiter. Wir machen jetzt schriftliche Fragen und dann werden wir am Ende uns noch ein bisschen Zeit nehmen für mündliche Fragen. Der Top-Punkt hier und glaube ich auch wirklich eines der Themen, die die allermeisten hier beschäftigt, ist der Green Deal und die Zukunft der sozial-ökologischen Transformation, wenn wir das mal so sagen. Und da schreibt zum Beispiel Michael Weiß in der Top-Frage, wir müssen den European Green Deal durchbringen, ohne dass er zerfleddert wird, wäre nicht das Verhandlungsthema mit der EVP, die die Grünen ja braucht, um Ursula von der Leyen ohne Unterstützung Millionis als Kommissionspräsidentin durchzubekommen. Fragezeichen, diese Karte solltet ihr unbedingt spielen. Ich glaube, er spricht ja aus einer AI in Richtung Grüne. Genau, also das ist die Frage Green Deal und ich will da auch nur erwähnen, was hier auch in die Fragen gepostet wurde, dass es da auch einen Brief gibt von mehr als 20 Fachgesellschaften mit Argumenten und Scientists for Future. Den mache ich auch gleich hier nochmal direkt in den Chat. Den kriegt alle Regen, hat Michael auch geschrieben. Also ein großer Aufruf, dass eben die EU-Umweltregulare nicht beschränkt werden sollen. Also Frage Zukunft des Green Deals. Wie siehst du das? Also ich würde da zwei Sachen trennen. Das eine, gucken wir uns mal das Klimathema an. Ich habe das extra jetzt am Ende sehr kurz gemacht, damit wir das in der Diskussion jetzt hier uns genauer angucken. Das heißt, was bedeutet das quasi für die Dynamik innerhalb des Europäischen Parlaments? Was ist da auch noch auf der Agenda? Und dann, finde ich, können wir vielleicht danach ganz kurz eingehen, quasi was muss das auch strategisch jetzt? Was für eine Möglichkeit hat SND? Was haben die Grünen eben in der Diskussion, die ja jetzt stattfindet mit Manfred Weber, mit der EVP, mit von der Leyen, wo sie ja jetzt einen Hebel haben? Also was haben die da, sollten die da einen Punkten vielleicht machen aus ihrer Perspektive heraus? So, also jetzt für den Green Deal. Ich bin da ein Stück weit quasi auf der einen Seite besorgt, aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass es quasi die große Befürsterung, dass es jetzt zu einem radikalen Rollback kommt, dass da quasi bestehende Gesetzesentscheidungen wieder eröffnet wird. Ich glaube, zu der, dazu wird es nicht kommen. Dennoch wird sich vermutlich ein Trend fortsetzen, den wir ja schon gesehen haben. Das hat ja mit der Europawahl jetzt an sich erstmal keinen ganz, quasi jetzt nicht direkt, sondern wahrscheinlich eine Umkehrung gegeben, sondern wir haben ja gesehen, dass die EVP auch vorher bereits angefangen hat, gucken wir uns das Restoration Law an, wie die auch angefangen hat, stärker sich quasi von dem ursprünglichen Green Deal-Konzept, was von der Leyen ja ausgemacht hat, etwas nach rechts zu verschieben. Also ich glaube, wie gesagt, es wird wahrscheinlich kein legislatives Rollback geben. Wir werden aber eine Reduzierung des Tempos sehen. Das denke ich auf jeden Fall. Das bedeutet, die weiteren Bereiche, die jetzt in der Diskussion Klima, Green Deal, noch nicht abgedeckt sind, also im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Biodiversity, da sehe ich, das hat ja vorher schon noch nicht so einen großen Push gegeben, das denke ich, wird sehr viel langsamer und wahrscheinlich weniger stark vorankommen. Das ist der eine Bereich. Dann haben wir, wird es vielleicht in Einzelbereichen Versuche geben, eine Verwässerung, wenn ich mir angucke, ITS, das für ITS 2 den Kapp, da gibt es noch ein paar Elemente, wo man wahrscheinlich noch nachjustieren muss, legislativ. Da würde ich mir vorstellen, dass eben eine leichtere Rechtsverschiebung auch einen Einfluss haben wird. Der dritte Bereich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wir sind jetzt in einer Phase von so einer Implementierung, wo vieles darum geht, wie die Mitgliedstaaten das umsetzen, was beschlossen worden ist im Green Deal. Und da, glaube ich, könnte halt Europa durchaus unterstützend sein, vor allem mit Finanzen. Aber da geht es halt vor allem auch darum, quasi wie sehen die Mitgliedstaaten, den Pushback. Und wie wird jetzt die Europawahl auch als Grund genommen, vielleicht auch als Grund vorgeschoben, dass man jetzt hier in der Umsetzung der Green Deal-Festlegungen nicht nachkommt. Das wäre quasi so diese Perspektive auf, wie jetzt quasi, was das Klimathema in der neuen Legislatur. Lass mich, bevor du eine Strategie kriegst, bevor du zu dem Thema gehst, genau, ich gehe mal da rein, zur quasi inhaltlichen Frage. Da haben wir nämlich auch noch eine Publikumsfrage von Jan. Er fragt, inwieweit ist, auch im Rahmen von aktueller Rechtsprechung, er nennt hier zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Schweiz, überhaupt möglich, den Green Deal zurückzudrehen? Also wenn man über Rollback spricht, du hast es jetzt ein bisschen mit der Implementierung, aber ist es überhaupt denkbar, dass zum Beispiel das Europäische Klimasetzgesetz irgendwie annulliert wird oder so? Wie muss man sich so ein Rollback denn vorstellen? Na gut, ein Rollback könnte man sich vorstellen, dass man das zum Beispiel das Verbrenner aus neu bestimmt und sagt, nee, wir gehen da aus dieser Festlegung heraus. Das wäre das. Das neue Flottengrenzwerte, also in dem Fall wären das neue Flottengrenzwerte, beschließen die Euro-Norm. Genau, das wäre jetzt für mich ein klassischer Rollback, wo ich an sich ein bisschen hoffe, dass es in der Form nicht dazu kommt. Jetzt, was die Möglichkeit betrifft, und das ist wirklich ein sehr innovativer Bereich, zu sagen, inwiefern kann man denn über diese Gerichtsbarkeit auch bestimmte Festlegungen durchsetzen? Da bin ich selber auch nicht so firm drin, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Aber ich würde, also da kann ich jetzt noch keine direkte Antwort darauf geben. Für mich wäre eben stärker die Frage, quasi wie sieht jetzt diese Implementierung auf der Mitgliedstaatenseite aus und inwiefern sind die Bereiche, die wir halt bisher jetzt noch nicht über, quasi bearbeitet haben, wie wird da die Kommission sich, wie zum Beispiel bei dem Bereich Landwirtschaft, bei dem Bereich Biodiversity, wie wird sie sich da positionieren? So, aber strategisch, glaube ich, geht es darum, geht es darum, dass jetzt aus Perspektive von S&D und Grünen, man bestimmte Commitments von von der Leyen bekommt. Und ein Commitment, das möglich wäre, ist halt inhaltlich in dem Bereich der grünen Industriepolitik. Da gibt es, glaube ich, eine stärkere auch Überlappung zwischen sozialdemokratischer Agenda, grüner Agenda und EVP-Agenda. Zu sagen, wiefern kriegt man das hin, das in dem Bereich Green Tech, in dem Bereich grüne Industriepolitik von der Leyen klar deutlich macht, dass das weiter und da auch noch verstärkt eine große Priorität für sie ist? Das wäre das eine. Und das andere wäre die Frage, inwiefern man personell jetzt sagt, wir wollen einen Industrial Green Deal oder einen Green Industrial Deal, Kommissar der S&D-Fraktion zugehörend, als Executive Vice President deutlich auch eben etablieren. Weil das ist ja die Möglichkeit, die jetzt besteht, dass man in diesem, dass man in dem Prozess erstmal von von der Leyen, wenn die gewählt ist, dann bei der Anhörung der Kommissare von von der Leyen ein Commitment bekommt, dass sie sich darauf einsetzen wird, dass wichtige Portfolios kreiert werden und auch zusammengeführt werden und dass auf wichtigen Portfolios ein, jemand, der auch quasi inhaltlich auf S&D und grünen Schiene ist, eben eingesetzt wird. Das ist zum Teil dann auch eine Verhandlungssache, die sie dann machen muss, mit den Mitgliedstaaten. Aber wenn da die Sanchez und quasi, wenn wir jetzt eine mögliche spanische Kandidatin zum Beispiel ins Spiel bringen, wenn da eben die S&D auch im Rat mitspielt und quasi überbande Rat und Parlament zusammen, dann gibt es da die Möglichkeit, auch Festlegung. Also Festlegung inhaltlicher Art und Personal, dass man wirklich sagt, das wird jetzt auch vom Team her, werden bestimmte Themen mit starken Persönlichkeiten besetzt. Zu den Persönlichkeiten hat hier auch Dieter Kaufmann gefragt, haben die Grünen in der Bundesregierung Ende letzten Jahres ein Vorschlagsrecht für einen Kommissarsprost in der EU-Kommission? Da muss man ja sagen, das kann ich auch direkt antworten, ja, aber nur, wenn von der Leyen nicht Kommissionspräsidentin wird. Das ist die schnelle Antwort darauf. Also es gibt einen deutschen grünen Kommissar, würde es nur geben, wenn von der Leyen nicht Kommissionspräsidentin wird. Was, ich würde mal sagen, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit an, Johannes? Ich glaube, dass wir, dass zumindest wir von Scholz ja gehört haben, dass er auf jeden Fall von der Leyen und dass er jetzt schnell einen Prozess mit von der Leyen durchführen möchte. Das wird informelles Zusammenkommen der Staats- und Regierungschefs bereits nächste Woche geben und dann eben, ich hatte es deutlich, gemacht Ende des Monats dann die formelle Zusammenkunft. Jetzt weiß man nicht genau, was Frankreich bedeutet, ob die Franzosen jetzt dann oder Macron ist das ja, da vielleicht jetzt noch mal neue Fragen aufwirft. Er hatte ja im Vorfeld Mario Draghi ins Spiel gebracht. Ich habe das aber schon damals eher so interpretiert, dass er den Preis hochtreiben wollte für die Renew-Gruppe, dass er halt sagen wollte, ja, ich bringe hier jetzt eine starke Alternative rein, damit man quasi meine Zustimmung mir eben mit einer sehr attraktiven, mit irgendwie einem sehr attraktiven Posten irgendwie abkauft und irgendwie die Renew-Leute dann in diesem Gesamtpaket irgendwie noch stärker berücksichtigt. Aber ich denke, denke, dass Mario Draghi nicht mehr eine Alternative zu von der Leyen ist. Zumindest nicht als Kommissionspräsident. Ja, ich kam gerade bevor das Webinar angefangen hat, kam die Meldung vom Politico, dass Charles Michel wohl überlegt, irgendwie den griechischen Ministerpräsidenten noch vorzuschlagen. Also ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen Musik drin. Aber man muss vielleicht ganz kurz sagen. Genau, erklär mal Charles Michel. Genau, was ich mir wirklich wünsche und ich habe jetzt auch in meiner vorherigen Zeit in der Europäischen Zentralbank auch ja verschiedenste europäische Ratspräsidenten erlebt und man muss sich berücksichtigen, diese Posten des europäischen Ratspräsidenten ist ja im Lissaboner Vertrag eingeführt worden. Das gab es in der Form als permanenten Posten vorher nicht. Und da ist immer natürlich eine Spannung, nämlich eine Spannung zwischen was der Kommissionspräsident für eine Rolle spielt und was dieser europäische Ratspräsident für eine Rolle spielt und wer dann auch die Außenvertretung macht und, und, und. Aber noch nie habe ich das in so kritischer Zusammenspiel gesehen wie bei von der Leyen und Charles Michel, wo ja auch wirklich echt ein ziemliches Misstrauen gab und auch die Kabinette untereinander ganz wenig miteinander zu tun haben wollten und so. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die drei Gespannen europäischer Ratspräsident, Kommissionspräsident und hoher Repräsentanz für die Außenpolitik, dass das eben besser laufen wird und eine bessere Arbeitsteilung haben wird als das jetzt der Fall war in den letzten fünf Jahren. Man kann wahrscheinlich auch spekulieren, welche Rolle jetzt wirklich noch der hohe Repräsentanz für Außenpolitik haben sollte, aber auf jeden Fall sollten die auch der Arbeitsteilung sich einigen und dann auch dann mit dieser Arbeitsteilung diese Arbeitsteilung gut umsetzen, weil das schon wichtig ist. Und vielleicht ein letzter Wort von Rompuy, das war vor Tusk, der Ratspräsident, der hat relativ geschickt wirklich diese Moderatorenrolle wahrgenommen. Das war während der Euro-Krise natürlich auch eine Situation, wo es wirklich sehr stark um den Europäischen Rat ankam als Krisenmanager, aber das hatte der wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, sehr moderierend eben ausgewirkt und ausgefüllt und vielleicht erhofft man sich, dass Costas, der ja einer der Kandidaten ist, der wohl wahrscheinlich den Zuschlag bekommen könnte, dass der eben wieder zurückgeht in diese eher moderierende Rolle und auch dann vielleicht mit von der Leyen eine gute Arbeitsteilung findet. Da ist ja auch die Personale von Katja Kallers, wenn du hohe Repräsentant sagst, ich meine Mogherini davor und jetzt Borell wurden ja doch relativ scharf kritisiert dafür, dass sie letztlich nicht so ein Format bekommen haben, wie sich das glaube ich viele in der Außenpolitik gewünscht haben. Katja Kallers wäre das ja anders, würde ich mal sagen, als estnische Ministerpräsidentin, gerade an der europäischen Ostflanke und direkter Anrainer zu Russland. Wie siehst du das? Würde das ein Game Changer sein? Auch für die Unterstützung der Ukraine vielleicht? Ich glaube, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit hat. Auch ja interessanterweise in dieser Dimension quasi gibt es zum Beispiel Neuverschuldung, hat sie gesagt, wird die Verteidigungsbonds ins Spiel gebracht. Das heißt, da quasi die klassische Rolle der Esten eher im Rahmen dieser Frugels, also im Rahmen derjenigen, die nicht für eine starke Ausweitung oder so Neuverschuldung eintritt, hat also quasi so eine Verschiebung auch der Koalition letztlich damit irgendwie ausgelöst und ist jemand, der eben auch eine starke Persönlichkeit mit reinbringt und auch eine starke Stimme dann der Perspektive Sicherheit und Unterstützung der Ukraine reinbringt. Aber man muss natürlich auch sagen, in Vergangenheit und das gilt jetzt nicht nur für dieses Paket von Topjobs, war es leider auch so, dass Mitgliedstaaten und Staats- und Regierungschefs manchmal nicht unbedingt für die Kandidatin oder für den Kandidaten sich eingesetzt haben, der jetzt am besten geeignet war für den Job und am charismatischsten und mit einer starken Persönlichkeit das toll ausfüllen wollte, sondern haben zum Teil dann auch vielleicht denjenigen gewählt, der ihnen weniger gefährlich wird und weniger stark in ihre nationale Politik reinredet. Also in dieser ganzen Besetzung muss man immer auch sehen, dass die nationalen Politiker, die da im europäischen Ratssitz zwei Hüte haben, einen europäischen Hut und einen nationalen Hut und häufig ist der nationale Hut sehr viel festsitzender als der europäische. Dann machen wir noch, jetzt mache ich noch zwei, drei, vier Fragen hier schriftlich und dann machen wir ein paar mündliche, bemeldet euch gerne schon mal mit dem Handsymbol. Hier fragt jemand anonym, ich finde die Frage aber so wichtig, dass ich sie trotzdem dran nehme, wann wird das Einstimmigkeitsprinzip überwunden, um die Erpressbarkeit durch Einzelländer zu verhindern und eine Erweiterung möglich zu machen und vielleicht mache ich das weiter und sage, europäische Reformagenda, haben wir viel diskutiert letzten Oktober, November, gerade im Zusammenhang mit der Erweiterung, ist die Reform der EU jetzt gerade institutionell tot mit dieser Europawahl? Was sicher der Fall ist, ist, dass wir, dass das Thema Erweiterung etwas mehr in den Hintergrund getreten ist, weil es eben auch ein Thema ist, was mit der institutionellen Reform verbunden werden muss und ich glaube schon, dass wir das Teil dieses Schiffs, leichten Schiffs nach rechts wahrscheinlich schon ist, dass nationale Politiker, aber auch wahrscheinlich selbst im Europäischen Parlament, wir zum Teil stärkere Vorsicht sehen, sich wirklich sehr stark auch für eine tiefe institutionelle Reform einzusetzen. Ich hoffe, dass das trotzdem institutionelle Instinkte quasi des Europäischen Parlaments weiterbleiben und dass diese pro-europäische Mehrheit da auch weiter die Rolle des Parlaments einfüllt, dass sie sich für solche institutionelle Reform einsetzt, aber ich glaube, dass aufgrund dieses Links Erweiterung und institutionelle Reformen wir wahrscheinlich da weniger starken Appetit haben. Auch das auch, das war ja mein Punkt zum Rat, weil ich halt glaube, institutionelle Reformen müssen getragen werden von den wichtigsten Mitgliedstaaten im Europäischen Rat und diese beiden Mitgliedstaaten, die auch durchaus versucht haben mit dem Bericht, den ihr ja auch in einer eurer Sendung vorgestellt habt, nämlich diesen Bericht der deutsch-französischen Expertengruppe, der ja genau dieses Jungtim gemacht hat, führen wir einführen, institutionelle Reformen machen und Erweiterung wagen, dass diese Unterstützung von den beiden Mitgliedstaaten Frankreich und Deutschland in der Form jetzt nicht so stark sein wird. Und meine große Befürchtung ist eben, dass ja diese Leadership, die da notwendig wäre, dass die eben weniger wird. Finde ich aber ja und dann finde ich spannend, was hier noch jemand gefragt hat, Karin hat das gefragt, Karin H. fragt, ist nicht auch in Ungarn eine leichte Trendwelle zu erkennen und ich verbinde das, weil ja gerade Viktor Orban derjenige war bisher zusammen mit dem dann noch slowakischen Präsidenten, der gerade da eigentlich immer gerne Vetus eingeregt hat und wo man das Gefühl hatte, da ist eigentlich so der Hauptbremsklotz da, gerade auch was Supporter Ukraine angeht, jetzt ist das Wahlergebnis für Viktor Orban nicht gut gewesen in Ungarn, jedenfalls hat er auf jeden Fall Federn lassen müssen und dann heute noch die Nachricht, glaube gestern, dass er pro Tag eine Million Euro Strafe zahlen muss, weil er das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht umsetzt, also da ist halt schon Druck auf dem Kessel, kannst du dir vorstellen, dass man Viktor Orban hier wieder sich freikaufen oder freikaufen lässt und vielleicht sich dadurch ein Fenster entstehen könnte für Reformen, selbst wenn Orban eigentlich dagegen wäre, weil er unter Druck kommt? Ich würde mir das wünschen in einem Positiv-Szenario, dass die Genervtheit, die wir ja deutlich sehen bei den Mitgliedern im Europäischen Rat, diese Genervtheit, dass sie immer wieder von Orban auch erpresst werden, auch jetzt die Diskussion bei der NATO, die NATO sollte eine stärkere Rolle da übernehmen, dann wird das ohne Orban gemacht, also in einer Art und Weise, wie der es schafft, wirklich als Veto-Player das maximal zu nutzen für den eigenen Vorteil oder einfach aus einer inhaltlichen Dissens mit der Hauptlinie. Ich würde mir wünschen, dass das eben verdeutlicht, dass wir gerade in dem Bereich der Außenpolitik wirklich stärker zur QMB rübergehen müssen, aber das sind halt Entscheidungen, die wieder selber mit Einstimmigkeit getroffen werden müssen und das heißt, es ist notwendig, da eben ein Momentum zu haben vom Parlament, vom Rat, von der Kommission, aber eben auch vom Rat, dass dann Bereitschaft ist, sich auf diese Diskussion einzulassen. Heute hat man ja schon gesehen, dass er ja wohl gesagt hat, dass er bei der NATO kein Veto anlegen will gegen stärker Unterstützung der Ukraine. also es könnte schon ein Zeichen sein, dass es hier langsam wirkt, je nachdem, was er dafür braucht. Ja, aber er wird keinen Veto anlegen, aber er ist in der Sache selber nicht beteiligt, das hat er nämlich sich ausbedungen, also es ist ein Kompromiss wieder, die dann möglich macht, dass es um ihn herum gebaut wird. Also dann noch jetzt nochmal zwei Fragen und dann gehen wir kurz in die mündlichen. Das Thema leider auch anonym, aber auch einfach sehr wichtig. Im Vorfeld der Wahlen haben wir viel auch über Propaganda und Einflussnahme gerade aus Russland, den sozialen Medien, aber generell gesprochen. Wird hier dazu gefragt, gibt es da schon erste Hinweise? Wie ist da die Lage? Das hat uns vorher sehr beschäftigt und hat auch durchaus zu großen Befürchtungen, dass das noch stärker deutlich eingreifen gesehen wird. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, wie das jetzt wirklich in diesem Fall ausgefallen ist. Mein Eindruck, aber das ist wirklich sehr sporadisch, ist, dass wir da keinen großen Einfluss gesehen haben, aber ich kann es nicht sagen. Ich meine, was vielleicht in dem Zusammenhang wirklich bemerkenswert ist, dass wir bei der AfD dieses Wahlergebnis sehen, bei einer Kampagne, wo deren Spitzenkandidat und deren Spitzenpersonal in deutliche Affären reingerutscht ist mit links zu China mit links zu Russland und trotzdem haben die dann noch dieses Ergebnis hingelegt. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht wären die ja noch stärker an ihrem Trend, der sich vorher abzeichnete, also noch näher an der 20 quasi für Gesamtdeutschland, aber diese, das ist quasi innerhalb des Rechtsextremen Lagers ganz deutliche Links in Richtung Russland zu geben scheint, das ist eben doch, das sieht man und ja, vielleicht das soweit, aber gibt es genauere Beispiele oder eine genauere Analyse, wie das jetzt sich ausgewirkt hat, das kann ich noch nicht sagen. Danke, ich gehe jetzt hier nochmal gerade durch, jetzt die Frage, die jetzt gerade noch die meisten Stimmen hat und dann haben wir wirklich sehr viel, ich würde gerne, wenn da jetzt keine möglichen Fragen zu kommen, will ich dich gerne am Ende nochmal was zu deinem Fachgebiet fragen, zu Wirtschaft und Finanzpolitik, weil ich finde, das ist sehr spannend, wenn wir da nochmal drüber reden, jetzt ist aber hier noch die Frage einmal mit vielen Stimmen, zu Volt, wo die Volt sich anschließt, die haben jetzt ja fünf Europaabgeordnete und haben sie uns stimmen gekonntet, ich glaube, das spricht jemand quasi aus grüner Sicht, also wem hat Volt Stimmen gekostet und wo geht Volt hin? Ja, das ist eine gute Frage, kann ich jetzt nicht genau sagen, also das muss man jetzt nochmal in der Wahlanalyse genau reingucken, ich denke mal, das werden gerade auch die Grünen jetzt deutlich machen zu gucken, was klar ist, ist, wenn man sich die Zahlen der Jungwähler anguckt, also da, die habe ich ja gebracht, also bei den Jungwählern kam Volt gut an, ich kann mir nicht vorstellen, dass Damian Buselage dann letztlich sich entscheiden wird, von den Grünen wegzugehen und zu Renew, aber der ist natürlich jetzt auf dem Markt und sagt, okay, was gibt er mir im Bereich von Ausschüssen, auch vielleicht, was stellt er mir in Aussicht, was die Möglichkeit betrifft, Berichterstatter zu sein, auf wichtigen Dossiers und so, also der wird natürlich auch jetzt gucken, was eben sowohl Renew als auch die Grünen ihm bieten und was man auch sagen muss, es spielt natürlich eine Rolle, quasi wie geschlossen auch so eine Gruppe dann auftritt, also wenn ich quasi Teil einer Gruppe bin, die sehr geschlossen ist, die auch vielleicht größer ist, dann unterstützt die mich mit meinen Amendments und mit meiner Berichterstatterfunktion auch stärker, das heißt, das kann durchaus auch mit einer Rolle spielen in der Entscheidung, wie sich dann jetzt Einzelne, zum Beispiel wollt, irgendwie entscheidet, für wen sie sich anschließt, neben der natürlich inhaltlichen Zuordnung, sagt man, sieht man eher bei den Grünen oder sieht man eher bei Renew die eigenen Positionen vertreten. Kannst du dir auch vorstellen, dass sie sich aufteilen auf zwei Gruppen, weil die ursprünglich also die Mitglieder aus Frankreich oder Frankreich geht es ja eher aus dem liberalen Lager, Damian Böselager, der einzige MEP bis jetzt, war ja bei den Grünen, also dass sie sich sogar aufteilen. Das kann ich nicht sagen, aber das wäre natürlich, sagen wir mal, aus der Perspektive einer jungen Partei, die versucht, sich eher an Einfluss noch zu gewinnen, wäre das natürlich ein extremer Defeat. Also wäre nicht im Sinne einer Geschlossenheit. Prima, dann gehen wir jetzt in die mündlichen Fragen. Ich habe hier schon drei Hände, wir haben so eine halbe Stunde Zeit, das passt also gut. Ich nehme mal hier Christian Volk dran. Das funktioniert so, nur alle, die das noch nicht gemacht haben, ich nehme euch da dran, dann gebe ich euch die Sprecherlaubnis, dann poppt es bei euch auf und dann könnt ihr euch entstummen und dann mündliche Fragen stellen. Weil wir nur noch eine halbe Stunde haben, versucht euch kurz zu fassen, keine Co-Referate, sondern wirklich kurze Fragen, dann kommen wir da gut durch viele Fragen durch. Also Christian Volk, bitteschön, Christian. Du kannst dich jetzt anmuten. Ah, klappt noch nicht, dann nehme ich Artemis Tresen dran und lasse Christians Mikro mal offen. Vielleicht schafft das noch. Artemis, ja, bitte. Gerne. Ja, meine Frage wäre, so ein Motiv, was für mich sich herausstellt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute uns nicht zutrauen, dass wir die Dinge, die wir vorschlagen, auch wenn sie gute Ideen sind, wirklich umzusetzen. Wie können wir gerade Vertrauen auch bei der Bevölkerung wieder gewinnen? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Beziehst du dich konkret auf die Grünen? Gerade als grüne Partei. Also Frage an Johannes, was hat aus deiner Sicht den Grünen besonders gekostet? Also gut, die grünen Strategen da jetzt nichts quasi kann nennen jetzt nicht im Nachhinein irgendwie was was die freuen sich drüber. Okay, alles klar. Nein, aber was man was mich aus einer europäischen Perspektive wirklich enttäuscht hat, war, dass wir letztlich keine wirkliche europäische Debatte im Europawahlkampf so stark hatten. Die FDP so sagen wir mal schwierig, dass dann gerade im letzten Endspurt auch war, in der wirklich sehr harten angehen an von der Leyen, aber die FDP hat zumindest noch stärker versucht, quasi ein eigenes europäisches Profil um ihre Spitzenkandidatin zu entwickeln. Da kann man jetzt, die Geister können sich scheiden, ob das wirklich so in der Form auch ganz plausibel war, aber zumindest war es ein Versuch zu sagen, wir machen uns stark für das Thema Verteidigung und wir kritisieren Frau von von der Leyen in dem Bereich der Bürokratie, auch in dem Bereich des Green Deals, was Tempo, was Ausrichtung betrifft, wir würden das anders machen wollen. Also mit so markigen Sprüchen wie mehr von der Freiheit als von der Leyen, okay, fine. Aber es war zumindest quasi ein europäisches Programm mit auch einer Person, die dann irgendwie für einen gewissen verteidigungspolitischen Ansatz irgendwie stand. Ich habe das ein bisschen vermisst bei den anderen Parteien und würde sagen, bei den Sozialdemokraten war es besonders stark, also diese Kombination Katharina Barley, die ja eigentlich auch wirklich inhaltlich stark im Bereich Rule of Law mit Themen eigentlich präsent im Europäischen Parlament die letzten fünf Jahre präsent war, die aber letztlich es nicht geschafft hat, wirklich mit ihren Themen durchzustechen und dann eben überall mit Scholz dann noch plakatiert war, was natürlich das eher dann wieder in die nationale Diskussion bringt und bei den Grünen habe ich auch nicht so stark das Gefühl gehabt, dass sie offensiver mit europäischen Themen reingegangen sind. Jetzt kann ich das nicht im Detail sagen, wie gesagt, die Strategen fühlen sich vielleicht jetzt auf den Schlips getreten, aber mir war das immer noch zu sehr mit der Brille gedacht, was heißt das für die Ampel und was heißt das für Berlin, was heißt das für die Landtagswahlen im Herbst, was heißt das für die Bundestagswahl nächstes Jahr und das finde ich schade, denn es geht wirklich, wir hätten die Chance gehabt, noch viel stärker zu debattieren, was ist die Agenda der nächsten fünf Jahre, sowohl im Parlament als auch jetzt für die Kommission und ich glaube halt, darum muss es gehen, auch jetzt noch, jetzt auch in der Diskussion quasi, welche Mehrheit kriegt die von der Leyen, was ist die Agenda der nächsten gut umsetzen. Wobei ich finde ja bei dem Argument ja immer spannend, dass ja eigentlich, eigentlich finde ich es ja gar nicht schlecht, dass auch gerade die Verantwortung der nationalen Regierungen vor Europa in so einer Kampagne, ich will jetzt keine Kampagne, nicht Barley oder so verteidigen, aber ich finde es manchmal schon eigentlich gar nicht schlecht, dass man diesen Schulterschluss auch hat, weil es eben ja nicht nur, also wenn ich so auf manche Parteien gucke, da spielt halt Europa bei Bundesparteien nur so eine nebengeordnete Rolle und wenn sich dann natürlich der Kanzler neben die Spitzenkandidatin stellt, dann bedeutet das vielleicht, naja gut, auch Europa liegt da auch im Fokus. Also man kann das Argument auch anders machen und vielleicht müsste manchmal mehr Europa in die Bundespolitik als bei Bundespolitik in Europa. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass du vollkommen recht hast, ich habe ja selber gesagt, die haben zwei Hüte auf. Der Kanzler hat den europäischen Hut, den er auch aus meiner Sicht noch mehr nutzen sollte, in dieser Kombination, dass wir, ich hatte ja die Zahlen gesagt, dass wir tendenziell aber sowieso das Problem haben, dass gerade Regierungen, die vielleicht jetzt sowieso in der Beliebtheitsskala nicht besonders hoch dastehen, dass sowieso das zu so einer Protestwahl gerät, dann ist natürlich das Plakatieren quasi der nationalen Spitzen, des Spitzenpersonals eher noch quasi in die Richtung verstärken. Aber idealtypisch würde ich auch sagen, das muss ein, das ist schon richtig, dass man auch da die nationalen Politiker mit in die Verantwortung bringt und gerade wenn wir sagen, es geht jetzt um die Agenda der nächsten fünf Jahre und nicht nur allein ums Europaparlament, dass da ist natürlich, die sind natürlich der Bundeswirtschaftsminister und auch der Bundeskanzler wichtige Players. Nur noch die Ergänzung dazu, ich meine, das war in Italien nur noch krasser, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, Meloni war ja Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl, eine sitzende Regierungschefin. Also das war ja noch mal krasser, eine letztlich totale Personalisierung, eine Nationalisierung auf das Ganze und die Kommissions, die wahrscheinlich nächste Kommissionspräsidentin ist gar nicht angetreten. Also von der Leyen ist ja nicht für die CDU auf einer Liste gestanden. Das heißt, die stand gar nicht zur Wahl. Also das ist schon, was diese Top-Jobs angeht und was dieses national-europäische angeht. Ich finde, da kann man ganz lange drüber reden, aber jemand hat doch geschrieben, Spitzenkandidatensystem ist letztlich dead und du hast irgendwie gesagt, die Spitzenkandidaten irgendwie beachten. Ist halt aber schon komisch, wenn man halt gleichzeitig Spitzenkandidatin dann nicht gewählt werden kann oder Regierungschefin sich dann zum Europaparlament wählen. Also da würde ich mal sagen, um es positiv auszudrücken, da ist noch viel Raum, quasi um die europäische Demokratie da auch nochmal ein bisschen zu stärken. Wobei ich habe das geschrieben, weil ich da schon auch davon schon überzeugt bin, dass ich es falsch fände, wenn man jetzt von der Leyen nicht nehmen würde. Und ich würde auch sagen, dass die Tatsache, dass dann letztlich auch die Sozialdemokraten mit Nikolaus Schmidt jemanden aufgestellt haben als Spitzenkandidaten war, war schon der, dass schon noch versucht, dass man sich auf das Prinzip an sich noch einlässt. Dass sie jetzt nicht irgendwo auch gewählt worden ist oder irgendwo auch noch Spitzenkandidatin war, finde ich persönlich gar nicht so schlimm, denn sie würde ja auch nicht ins Europäische Parlament gegangen sein. Also sie hätte ja diesen Sitz dann nicht unbedingt wahrgenommen. Insofern fand ich das eigentlich nicht so problematisch. Aber es ist klar, dass wir an einem System, wo quasi wie in einer Regierung sich quasi in dem Europäischen Parlamentswahlen dann direkt die Kommission widerspiegelt, davon sind wir noch entfernt. Ja, absolut. Gut, dann machen wir weiter. Sorry, bis wir da manchmal bilateral reden, aber ich glaube, das sind trotzdem Punkte, die ich in den Fragen auch gelesen habe. Ich versuche das immer so ein bisschen mit reinfließen zu lassen, wenn ich selber da nochmal nachfrage. Dann Marc-Oliver Pahl. Marc-Oliver, bitte. Wir sollten dich hören. Ja, hallo. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Hallo, bist du. Maximilian, Jan, ich wollte deinen Impuls ausgreifen, die Finanzpolitik nochmal reinzubringen. Das war zu einem Wahlkampf vielleicht auf öffentlicher Ebene nicht so ein Thema. Aber natürlich spielt die Finanzierung bei vielen Projekten eine Rolle. Wir haben jetzt mit den Corona-Anleihen da eine neue Etappe der EU-Finanzierung gesehen. Insofern meine Frage, was wäre Ihre Prognose? Wird es wieder Europa-Anleihen für bestimmte Themen, für Verteidigung, aber vielleicht auch für Green Deal, Industrial Themen, solche Anleihen geben? Besten Dank. Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage. Ich glaube, das vielleicht hole ich ein Tickenbeißchen aus. Ja, bitte. D ist ein ganz entscheidendes Thema dieser nächsten Legislaturperiode, weil wir die Situation haben, dass Ende 2027 wir einen neuen Finanzrahmen beschlossen haben müssen. Das europäische Budget, das EU-Budget ist in so sieben-Jahres-Budget-Plänen einmal eingeteilt. Und alle sieben Jahre wird quasi dieses große Budget, so groß ist es ja insgesamt nicht, es ist ja nur ein Prozent des BIPs, aber wird das EU-Budget als Gesamtpaket für sieben Jahre festgelegt. Und diese Neufestlegung eben 2027 ist die notwendig, weil ab 2028 dieser neue Finanzrahmen gelten muss. Und dieses Mal wird es wirklich extrem spannend werden, weil wir eben sehen, dass auf der einen Seite das zusätzliche Geld, was wir aufgenommen haben auf den Kapitalmärkten zurückgezahlt werden muss, aber das heißt auch, dass bis 2026 das ausgegeben sein wird. Das heißt, es werden eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten weniger Geld aus Europa bekommen und gleichzeitig muss mehr zurückgezahlt werden, denn momentan zahlt man die Zinsen, aber noch nicht wirklich das Geld zurück. Das heißt, das ist schon mal ein Spannungsverhältnis. Dazu ist die Situation, dass wir ja eigentlich so viele Bereiche haben, wo es Sinn machen würde, die Synergien zusammen zu nutzen, Bereich der Verteidigung, aber auch im Bereich des Klimas, wo man sagt, es wäre doch besser, diese europäischen öffentlichen Güter lieber auf der europäischen Ebene gemeinsam bereitzustellen oder auch zumindest gemeinsam zu finanzieren. Und das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, die man wahrscheinlich am besten gemeinsam auf europäischer lösen muss und wo zumindest auch die Notwendigkeit besteht, weitere Investitionen zu tätigen. Ich meine, es gibt diese Zahl von 1.000 Billionen pro Jahr bis Ende dieser Dekade für Grün, Digital und Verteidigung zusammen. Das ist jetzt eine ganz hohe Nummer und das wird natürlich nicht nur europäisch, das wird auch nicht nur national und es wird auch nicht nur öffentlich sein, Geld sein können, das wird auch sehr stark privates Geld sein müssen. Aber ich sage, es gibt ja eine große Investitionsagenda und es gibt auch einen guten Grund, das europäisch zu machen. Das heißt, wir haben, der Druck auf den Kessel ist sehr stark, weil wir sogar Geld zurückzahlen müssen und gleichzeitig die Notwendigkeit oder quasi die Argumente, das gemeinsam in Europa zu machen, ist sehr stark. Und der letzte Punkt ist, dass gleichzeitig bei der Corona-Anleihen, die Sie erwähnt haben, gab es eigentlich das Commitment, dass man sich neue Eigenmittel, quasi auf neue Eigenmittel sich entscheidet oder einigt. also so eine Art Taxing-Power auf die europäische Ebene vielleicht helfen würde, dass man sich irgendwelche neue Quellen sucht, aus denen das dann zurückbezahlt wird. Und auch da hat es überhaupt gar keinen Fortschritt gegeben. Plastiksteuer, oder? Ja gut, Entschuldigung, die Plastiksteuer war eine kleine, das war der einzige Schritt in diese Richtung, dieses quasi Commitment zu sagen, wir suchen uns neue Eigenmittel aus. Und der DTS halt auch, aber auch wiederum ETS auch nur zu einem begrenzten Maß. Genau, also Max, du hast vollkommen recht, ETS wäre aber ein Beispiel gewesen für den Schritt, wo man sagt, das ist jetzt eine originäre europäische Maßnahme, die geben wir jetzt nicht zu 70 Prozent den Mitgliedstaaten zurück, sondern das machten wir allein auf europäischer Ebene, das Geld geht direkt in den EU-Haushalt. Und das hat man sich aber, darauf konnte man sich nicht einigen. Das heißt, man muss wirklich sehen, der Druck auf dem Kessel ist enorm. Und ich glaube, dass man sich in irgendeiner Form einigen muss. Und da wäre, aus meiner Sicht, die Möglichkeit neuer Verschuldung eine Möglichkeit, die man sehr deutlich berücksichtigen muss. Da gibt es politische, ist natürlich die politische Diskussion sehr schwierig. Also das muss einstimmig entschieden werden. Und es ist auch die Frage, wie man das rechtlich ausgestaltet. Was die politische Konstellation betrifft, ist es so, dass, und ich hatte Frau Kallers schon erwähnt, dass wahrscheinlich in dem Rahmen Sicherheit, in dem Rahmen Ukraine-Finanzierung, wahrscheinlich die Möglichkeit, sich darauf zu einigen, größer ist, als für den Klimafonds. So stark der Case für den Klimafonds vielleicht auch wäre. insofern die andere etwas quasi weniger ambitionierte Art und Weise wäre, dass man diese Rückzahlung noch mal weiter nach hinten verschiebt, damit also auch noch mal eine neue Verschuldung damit quasi einhergehen würde. Das wäre so jetzt mein Take. Normativ würde ich sagen, muss man da reingehen, muss man gucken, wie man das finanziert bekommt. politisch, faktisch, glaube ich, wird es sehr schwierig sein, weil die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, neue Eigenmittel zu einigen und auch nicht bereit sind, wirklich darüber nachzudenken, ob man eben dann die Beiträge sehr stark erhöhen muss. Zumindest ist das die Ausgangslage. Wir werden jetzt sehen, mit welchem Vorschlag im Sommer nächsten Jahres die Kommission herauskommt, ob sie ambitioniert ist, ob sie auch sagt, es könnte vielleicht ein Tit-for-Tat geben. Man reformiert die Agrarpolitik, man fokussiert die Kohäsionspolitik, schafft dadurch ein bisschen Platz und aber diskutiert, welche gemeinsamen Aufgaben man eben aus dem EU-Budget finanzieren will und dann sagt man so, das wäre also das Idealbudget, was ihr haben wollt, wie wollen wir jetzt dann das Delta, was dann auch bleibt, eben finanzieren? Sind das Schulden? Sind das höhere Beiträge? Sind das vielleicht doch noch neue Eigenmittel? Die Debatte muss geführt werden und ich habe ja gesagt, das ist eigentlich eine der Aufgaben, wo wir eine starke Kommission brauchen, insbesondere, wenn vielleicht Deutschland und Frankreich als starke Player nicht so stark da unterstützen können. Und gerade Deutschland und Frankreich standen da ja auf sehr unterschiedlichen Seiten, also Frankreich ist ja stark pro Eigenmittel, pro Schuldenaufnahme, Deutschland ja sehr skeptisch, lange Zeit, kommt ein bisschen auf den Finanzminister an, aber der aktuelle ist es. Weitere Fragen, hier nehmen wir Almut Turbola, Almut, bitte, deine Frage. Hallo. Hallo. Sehr interessieren, wie man das europäische Friedensprojekt weiter voranbringen könnte. Also in der Vergangenheit hat Europa sich auch dadurch ausgezeichnet, dass es eben soziale Verteidigung gefördert hat, beispielsweise die Nonviolent Peace Force, die in Südsudan gute Arbeit macht. wie stehen die Chancen, dass diese friedensverstärkenden Arbeiten denn weiter gefördert werden von der EU? Danke. Also da hat ja auch das Forum ZFD da gute Kampagnen gemacht. Danke dir. Also ganz genau in den Details bin ich da nicht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt versuchen müsste zu sagen, was haben gerade jetzt auch die Europawahlen für dieses Thema an Auswirkungen, würde ich vielleicht, würden mir zwei Sachen, also erkenne ich zwei Sachen als Trend. Das eine ist die Tatsache, dass wir schon sehen, dass durch diese leichte Rechtsverschiebung, die sich ja schon bereits vor der Wahl angekündigt hat, auch in der Art und Weise, wie sich die EVP positioniert, aber auch wie der Rat sich mehr und mehr zu Themen wie Migration positioniert, dass wir sehen, dass vielfach auch die Außenpolitik, was die Unterstützung und die Entwicklungshilfe betrifft, so im Rahmen des quasi Migrationspräventions, Augen gesehen wird, also zu sagen, wir engagieren uns da vor allem, um zu gucken, dass eben der Migrationsdruck weniger wird. Das hat dann zum Teil auch zu sehr merkwürdigen Kompromissen geführt, in der Art und Weise, wie man da sich bilateral mit bestimmten Regierungen in den Regionen eben geeinigt hat. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Dimension auch in einem quasi in einem Rat ist, der stärker, dessen Agenda sich etwas mehr nach rechts verschoben hat und auch im Europäischen Parlament, dass das schon eine gewisse Relevanz hat. Das ist zwar dann nicht das große Friedensprojekt, aber dieser Blickwinkel, dieser Blickwinkel quasi Migration, der da eine Rolle spielt. Und das andere, glaube ich, was spannend ist, ist die Frage, wie gestalten wir Sicherheitspolitik? Und ich hatte das in meiner Präsentation nur angedeutet, aber quasi findet das eher so im Bereich der Koordination nationaler Politiken statt oder und damit vielleicht auch eher intergouvernmental, wie man das koordiniert, oder wird das wirklich auf die europäische Ebene gehoben und kriegt dann auch das Europäische Parlament vielleicht eine starke Rolle? Also quasi wiefern wird die Gemeinschaftsmethode jetzt auch in dem Bereich Außenpolitik und Verteidigungspolitik ausgeweitet? Also wie institutionalisiert sich dieses Feld aus Sicht der Kommission, aus Sicht des Parlaments das Interesse zu sagen, das wird nicht alles nur intergouvernmental ausgedealt, sondern das wird wirklich stärker auch Stück für Stück vergemeinschaftet. Aber dafür gab es ja leider selbst in der letzten Legislatur keine Mehrheit und da war der Rat noch in einer anderen Situation. Also das ist auch was das Parlament. Wir haben da auch ein Webinar zu gemacht, genau auch zu dem Thema in dem Reformbereich. Das ist ja auch so ein zentraler Teil, wo das Parlament sehr gerne mehr zu sagen hätte. Aber das macht das natürlich noch mal schwieriger. Aber ich fand es spannend, um das noch mal nur eine Beobachtung mit dir zu teilen. Du hast jetzt an unterschiedlichen Stellen gesagt, dass es halt bei diesen neuen Mehrheitsverhältnissen oder so, unterschiedlich sind sie ja gar nicht, aber bei dem leichten Rechtdruck, den wir sehen in anderen spannenden Staaten mehr, dass es sehr viel darauf ankommt, wie man Themen neu miteinander verbindet und ein bisschen strategisch da auch in der Kommunikation im politischen Vorgelt. War das nur mein Eindruck oder hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen die Story? Wie ist das so die Strategie? Ich würde dir das recht geben. Ich denke, wir müssen gucken, wie wir das Thema, das hat ja in den letzten Legislaturperiode auch schon angefangen und dass man, wenn man sagt, wie kriegt man das Thema Sicherheit, das Thema Wettbewerbsfähigkeit auch mit dem Thema Energie und mit dem Thema Klima zusammen und damit irgendwie auch eine Agenda, die Sachen, die notwendig sind, um eben die Klimaziele zu erreichen, den Ausbau der erneuerbaren Energien mit einer Agenda verbindet, die vielleicht intuitiv noch stärker auch in einer neuen Koalition oder nicht neuen Koalition, aber mit einer etwas nach rechts geschobenen Europäischen Volkspartei zusammengehen und damit auch Sachen wie grüne Industriepolitik eben durchzusetzen, durchzusetzen, wie man weil man eben versucht, das irgendwie miteinander zu verbinden. Das andere ist das Thema quasi Verschuldung, dass man sagt, okay, wenn die Verschuldung quasi in dem Bereich Ukraine-Hilfe oder in dem Bereich Sicherheit, diese Verteidigungs-Bonds, die die Kalassin in Spiel gebracht hat, wenn das dann die Möglichkeit gibt, dass dann im nationalen Haushalt vielleicht mehr Spielraum ist, um die Umsetzung der Klimaziele dann national zu verziehen, durch die quasi im Englisch sagt man Fungibility von Geld, dann ist das ja auch eine Form von quasi strategischen Neuformierung von einer Agenda, die dann trotzdem aber auch ein positives Ziel für die eigenen Ziele hat. positiven Influß für die eigenen Ziele hat. Das ist nämlich spannend in der Situation, dass man gerade beim Haushalt die nationalen Haushalte und europäischen Halt auch korrespondierende Röhren verstehen muss, die natürlich auch Freiräume schaffen können. Das ist spannend, inwieweit das Vehikel genutzt werden wird. Was ich auch schon öfter gelesen habe, dass das durchaus Möglichkeiten eröffnen könnte. eine Sache noch mal sagen, weil es jetzt um parteipolitische Perspektiven geht. Was ich mir aber auf jeden Fall wünschen würde, ist wirklich, dass dieses, was in dem Letterbericht auch sehr stark gemacht worden ist, diese Binnenmarkt- Agenda, dieses Denken in Europa als gesamten Wirtschaftsraum, dass das eben stärker in den Fokus gerät, weil es durchaus eine Möglichkeit gibt, dort auch so eine Wettbewerbsfähigkeit oder quasi so eine Wachstumsagenda, aber mit einem klaren europäischen Fokus zu verbinden und zu sagen, wie kann man den Binnenmarkt gerade in dem Bereich der Energie, gerade auch in dem Bereich der Finanzintegration gut aufstellen. Finanzintegration ist ein Bereich, wo wir wahrscheinlich wirklich ganz klar darauf angewiesen sind, privates Geld stärker in Investitionsbedarfe reinzubekommen. Das Thema Kapitalmarktunion ist seit Langem kommt es da nicht voran. Das ist jetzt quasi ein bisschen hochgespült worden, wieder auf die politische Agenda, aber wir sehen da ganz deutlich, da geht es halt um auch schwierige und dicke Bretter wie Insolvenzrecht, Steuerrecht und Harmonisierung der Finanzgesetzgebung und da sind die Sonntagsreden immer sehr stark. Europa ist wichtig, der Binnenmarkt ist wichtig, wir wollen das gerne, aber die nationalen Instinkte sind immer sehr stark. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Man muss zu der Veränderung des Binnenmarktes und in einigen europäischen Themen den Mut haben, zu sagen, der Binnenmarkt ist ein Wachstumsmotor und wir müssen einzelne nationalen Interessen zurückstellen. Und ich glaube, das wäre meine Hoffnung, dass da die Kommission eben auch einen ambitionierten Aufschlag macht. Und das ist gar nicht so parteipolitisch, sondern da ist es dann auch interessant, dass eben quasi so nationale Reflexe auch über die Parteien Grenzen hinaus häufig reinspielen und dann nationale Positionen irgendwie im Rat vertreten werden, ohne eben zu sehen, dass es aus einer grünen oder aus einer liberalen Perspektive ja eigentlich sinnvoll wäre, quasi die größte Skalierung innerhalb des Binnenmarktes oder eben auch eine stärkere strategische Autonomie im Binnenmarkt eben aufzubauen. Volker, ohne Leid. Volker, bitte. Alles okay zum Hören? Ja, ich höre nicht gut. Ich habe eine Frage zum Nebenaspekt. Aber Frankreich ist vorgekommen, deswegen die Rezeption der Neuwahlen in Frankreich. Ich möchte aber vorher ganz kurz noch anmerken, die Diskussion über die Spitzenkandidatur hat dazu geführt, dass in den New York Times die Europa-Korrespondentin davon spricht, dass von der Leyen die Mainstream Conservatives führt. Und meine Frage ist ganz einfach. Ich erlebe, dass die Rezeption von den Neuwahlentscheidungen von Macron als, wie soll man sagen, spontan und so weiter, erfolgt, wenn ich den französischen Zeitungen glauben darf. Und das ist die Frage, stimmt das, ist das ein monatelang vorbereitetes Verfahren gewesen, im Geheimen von einer kleinen Gruppe. Spannend, danke, Volker. Vielen Dank für die Frage und ich habe relativ viel in diese Präsentation reingepackt und dann zum Teil auch natürlich bin da sehr schnell durchgegangen. Ich freue mich, dass Sie das ansprechen, weil ich glaube, es schon wichtig ist, sich ich kann nicht reingucken in den Élysée, genau weiß ich das nicht. Ich glaube, es klingt sehr plausibel, dass es wohl Andeutungen gab, dass er wusste, es wird superschwierig sein, für ihn den nächsten Haushalt durchzukriegen, weil er eben, 40 Stimmen fehlen ihm für eine Mehrheit in der Nationalversammlung. Das Haushaltsrecht der Nationalversammlung ist ein ganz wichtiges Parlamentsrecht. Das heißt, der hat deutlich gesehen, dass es eine Drucksituation in diesem Jahr wahrscheinlich sowieso geben wird. Ich glaube nur trotzdem, sind wir jetzt ein bisschen im Spekulativen, ich glaube nur trotzdem, dass er eine große Angst hatte und das wurde dann jetzt bei dem Ergebnis, als das deutlich wurde, auch noch mal stark unterstrichen, dass er als lahme Ente gelten würde, dass er quasi noch dann zweieinhalb Jahre lang der Getriebene war. Und dann hat er eine Doppelstrategie glaube ich eine Doppelstrategie im Kopf, nämlich die Strategie, ich bin charismatisch, ich kann das jetzt rumreißen. Und da habe ich ein bisschen die Befürchtung, wir hatten ihn beim Staatsbesuch, habe ich ihn auch erlebt, wir hatten ihn auch bei uns mit Studenten sogar im Gespräch, der ist sehr charismatisch und gerade für, so mal aus der europäischen Perspektive, natürlich jemanden mit großen Ideen, der einen auch begeistern kann. in Dresden hat er eine große Rede gehalten. Aber ich glaube, was er nicht sieht, ist, dass er im nationalen Kontext nicht mehr verfängt, dass er im nationalen Kontext häufig als entrückt gesehen wird und eben als sehr elitär. Und dazu kommt noch, dass er natürlich mit 2017 auch das Parteiensystem in Frankreich, auch, er war ja einer, der das beigetragen hat, dass dieses Parteiensystem ja auch sich komplett neu, also eigentlich aufgelöst hat, das alte Parteiensystem oder zumindest sehr stark die klassischen Sozialdemokraten und die Christdemokraten gab es da nie, aber die quasi die rechte Seite sich quasi in der Form völlig neu formieren musste und er so quasi einen zentristischen Block entwickelt hat. Und jetzt, wo dieser zentristische Block schrumpft und er jetzt nicht mehr dieser charismatische quasi charismatische Politiker ist, der quasi die Wahlen gewinnen kann und quasi die Massen auch auf der Straße in den innenpolitischen Themen mitreißen kann, glaube ich, ist es halt echt ein krasser Gamble innerhalb von drei Wochen da jetzt quasi ein Momentum zu entwickeln, wo das Momentum ja gerade für Rassemble National war, weil die ja gerade in der Europawahl super gewonnen haben oder zumindest gut abgeschnitten haben, das rum zu reißen. Das heißt, dieses Hauptziel zu sagen, ich schaffe jetzt eine Mehrheit ist sehr ambitioniert und ich fürchte und das ist meine Angst, dass er sich da überschätzt und der zweite Aspekt der Strategie ist zu sagen, wenn die jetzt an die Macht kommen sollten, dann entzaubern die sich und das ist halt auch eine ziemlich große Wette, die er damit eingehen würde, denn wie sieht das denn dann genau aus in dieser Koabitation? Kann er die wirklich noch einhegen? Wie viel Macht? Er hat in der Ostpolitik sehr viel Spielraum, aber wie viel Macht bleibt ihm dann, wenn die Regierung von so einer rechtsextremen Partei eben gestellt wird, wenn die Minister in den Ministerräten auch der europapolitischen Ministerratssitzungen dann eben aus der Rassemblee National kommen würde. Das heißt, dieses Szenario der Entzauberung, falls es dazu kommen sollte, dass wirklich eine rechtsextreme Mehrheit dazu kommt, das ist natürlich ein Szenario, das auch eine große Wette ist. Das heißt, das hat mich dazu geführt, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, eines ist der möglicherweise wahrscheinlichen Szenario wäre auch, dass eben wieder keiner eine Mehrheit bekommt. Und dann sind wir dichter an der jetzigen Situation, vielleicht aber sogar mit einer noch weniger starken Renew-Fraktion, wie wir jetzt schon sind. Aber die Möglichkeit einer rechtsextremen französischen Regierung ist eben durchaus gegeben. Und das macht mir Sorgen. Er würde halt argumentieren oder Leute argumentieren, dass lieber jetzt eine rechtsextreme französische Regierung eben und dann bei der Präsidentschaftswahl dann eben so geschwächt zu sein, dass es dann eben nicht reicht. Weil wenn er jetzt zurückgetreten wäre, wäre Le Pen beziehungsweise Badella wahrscheinlich Präsident geworden. Also in dem Sinne kann ja auch noch schlimmer werden. Das könnten ja auch beide Funktionen recht sein. Wie gesagt, nur diese zweite Aspekt, diese Entzauberungsthese, die ist ganz stark orientiert und da hat er recht auf die Präsidentschaftswahlen. Diese Präsidentschaftswahlen sind die noch wichtigere Wahl, auch aus seiner Sicht. Und quasi zu verhindern, dass er ersetzt würde von Le Pen. Das ist das Hauptziel, was ich nur versucht habe deutlich zu machen, dass es eben durchaus auch eine risikoreiche Strategie ist. Wenn sich die auszahlt und er wirklich es jetzt schafft, sogar eine Mehrheit vielleicht für seine Partei zu erzielen oder eine Koalition aufzubauen, die ihm dann eine Regierung eben ermöglicht, die dann auch die Mehrheit in der Assemblée National hat, die nicht Rechtssystem ist, dann ist es natürlich ein großer Coup und es gibt so eine Debatte auf Twitter, die sagt quasi, es gibt das Brexit-Lager, die sagen, das wird wie Brexit. Das war also Cameron, der damals das Referendum ausgerufen hat, vor dem Hintergrund, dass er damit seine innerparteilichen Widersacher in der Tory-Party besiegen wollte und dann krachend gescheitert ist. Das ist das Camp der Pessimisten, das Camp der Optimisten sagt, es ist wie Sanchez, der hat damals auch ganz schnell noch vorgezogene Neuwahlen eben gemacht und ist dann eben auch nicht ohne Probleme, aber ist dann eben auch mit einer neuen Mehrheit wiedergewählt worden. Also insofern, die Debatte ist durchaus da. Unsere, weil viele der Kontakte der politischen Beobachter in Frankreich waren aber, und das jetzt nochmal auf die Frage, war das jetzt schon lange vorbereitet, wo ich ja nicht genau weiß, ob das der Fall war, aber die waren alle überrascht und waren auch erstmal ziemlich schockiert, weil sie sagten, oh Gott, wie soll das jetzt werden? Kriegt ihr das wirklich noch gewonnen? Ich würde sagen, zum Thema Frankreich planen wir schon, das tease ich schon mal an, ohne dass wir so wirklich darüber gesprochen haben, mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris, auch ein Event während, kurz vor der Wahl, beziehungsweise zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang, also das Thema machen wir bei Europe Calling auf jeden Fall dann auch nochmal auf. Passieren ja auch andere spannende Dinge, wer gesehen hat, dass sich der ehemalige Vorsitzende der Konservativen gerade verbarrikadiert hat in der Parteizentrale und die gegnerische Seite sich gegenüber der Straße, also wilde Szenen da, also wer sich da ein bisschen für europäische und französische Politik interessiert, ist gerade auch so ein bisschen ein Popcorn-Moment. Das ist ja auch spannend, da zuzugucken. Ich will, unsere Zeit ist abgelaufen, wollen wir noch fünf Minuten machen? Johannes, kannst du noch fünf Minuten? Ja. Nehme ich nämlich Helga noch, die hat sich schon ganz lange gemeldet, auch Helga Nürschel nehme ich jetzt, ich muss sie freischalten, sorry Helga. Machen wir Helga, du kriegst die große Ehre der Abschlussfrage. Bitte, kein Druck. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, meine Frage ist, mich hat die 17 Prozent für die Jungen, die rechtsextrem gewählt haben, hat mich total schockiert. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man dem Ganzen wieder gegensteuern kann, weil ich meine, wenn die mit dem Alter jetzt schon so wählen, inwieweit sich das verfestigt, kann man ja nicht sagen, also man hofft es nicht, aber wie gesagt, das ist einfach eine Geschichte, die mich total geschockt hat. Ja, danke Helga. Also sehe ich genauso, deshalb habe ich die Zahl auch gebracht. Wir wollen jetzt damit die Jugend nicht irgendwie abstempeln, aber was wir deutlich machen, was ich damit deutlich machen will, ist, glaube ich, diese Unterpräsenz der Parteien im sozialen Medienbereich ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Also ich habe selber auch jetzt im Rahmen der Europawahl gegenüber Schülern gesprochen und da kam das Feedback, naja, also wir kriegen halt von der AfD wirklich superwitzige und sehr überzeugende TikToks ständig vorgeschlagen und irgendwie verfängt das auch. Also ich glaube, dass diese Präsenz, und wir wissen das von Frankreich eben auch, wo Badella und auch Rassemblee National sehr, sehr effektiv die sozialen Medien für sich nutzen. Also das ist wirklich eine Sache, die mir Sorgen macht. Das heißt, die Fähigkeit auch der anderen Parteien, die sozialen Medien noch stärker für sich zu nutzen, das ist, glaube ich, eines der Ansätze. Der zweite Ansatz, das muss man sich dann nochmal genauer angucken, wie das jetzt mit 16- und 18-Jährigen passiert ist. Also quasi die Hoffnung ist ja, dass man es auf 16 reduziert hat, weil dann die Jungwähler auch noch stärker von der Schule irgendwie ans Wahlen, ans Wählen herangeführt werden. Ich hätte mir da eigentlich noch mehr gewünscht. Ich hatte nicht so den Eindruck, dass die Schulen jetzt stark dann das Europathema auch in den Unterricht tragen und quasi zu sagen, hier wählen ist eure Chance. Also ich glaube, dass man das nochmal genau analysieren muss. Was waren da vielleicht erfolgreiche Strategien? Wo hat man dann vielleicht auch den Effekt davon gesehen? Also dass man gerade bei den ganz Jungen nochmal das nutzt, dass viele davon oder die meisten davon ja noch in der Schule sind. Und dann die Schule, die noch stärker vielleicht auch als Alternative zu den sozialen Medien, oder nicht als Alternative, aber als Begleitung zu den sozialen Medien, das einordnend eben stärker darauf vorbereitet. Aber es ist sicher ein Thema, dass wir auf jeden Fall reingehen müssen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich jetzt weitere Wahlen kommen. Das ist ja gar nicht europaspezifisch. Ja, danke. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich will selber noch einen Punkt ergänzen von dem, was ich so in den letzten Tagen und doch gelesen und überlegt habe und so. Und auch aus der eigenen Erfahrung ist natürlich schon, in dieser Diskussion fehlt ganz oft das Thema der Pandemie, gerade für die jungen Menschen. Also die Pandemie und die Schulschließung und das Gefühl. Und wir wissen ja, also das Gefühl, auch von der Politik nicht ernst genommen zu werden, keine eigene Lobby zu haben, steckt ja sehr tief. Und wir wissen ja, dass gerade in der AfD und in den Rechtspopulisten dieses und Rechtsextremen genau dieses Unvertrauen, dieses fehlende Vertrauen in Institutionen, Regierungen ein besonders starkes Motiv ist. Also das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe sie jetzt vor dem Webinar nochmal angeguckt, das ist ganz, ganz stark. Also auch das Vertrauen darauf, dass Politik, dass Entscheiderinnen auch für einen selbst gute Politik machen. Ich glaube, das ist auch im Gespräch mit jungen Menschen, die die Pandemie durchlebt haben, mit Schulschließungen und so, das ist angeknackst. Und ich glaube, das zusammen mit dem, was Johannes, was du gesagt hast, mit Social Media, ist wirklich eine ganz toxische Situation, wo ich glaube auch ganz, also selbstkritisch und kritisch, glaube ich, auch irgendwie dem politischen Raum, dass ja vieles von dem, was politisch während Corona quasi entschieden wurde, sehr wenig nicht in diesem komischen hier irgendwelche RKI-Protokoll oder so, sondern generell die Frage in der Pandemie dazu, wie diskutieren wir demokratisch? Wie reagieren Regierungen in diesen extremen Krisensituationen? Und so eine extreme Krisensituation wie die Pandemie hatten wir ja, also hatten wir seit den Weltkriegen nicht mehr. Und ich glaube, da müssen wir, und das will ich bei Europe Calling auch als Thema machen in einem der nächsten Webinare, müssen wir, glaube ich, nochmal wirklich genauer hingucken. Nicht in dieser verschwurbelten Frage, sondern wirklich in der Frage ist, wie kann denn Demokratie in diesen Krisen funktionieren? Ja, und hat für die jungen Menschen oder für viele jungen Menschen, würde ich jetzt postulieren, und das zeigen so die ersten Zahlen, auch wenn es da wenige Erhebungen gibt, da hat die Demokratie für viele junge Menschen nicht richtig funktioniert. Oder sie hatten das Gefühl, dass es für sie nicht funktioniert hat. Und in der Situation, glaube ich, das kann vielleicht ein Stück weit dann im Zusammenklang mit dem Social Media das ein bisschen erklären. Johannes, bitte, ja. Ja, kann ich trotzdem nochmal, ich weiß, dass wir schon lange überzogen haben. Das ist ein super spannendes, also die Frage war sehr gut, und auch jetzt, um auch nochmal auf das zu reagieren, was du gesagt hast. Und das finde ich spannend, wenn ihr da nochmal auch doch quasi reinzoomt mit in einem der nächsten Termine, die ihr habt. Weil man das verbinden kann auch mit dem Diskurs darüber, warum es im Osten, also wir haben, ich habe ja zwei Grafiken gemacht, ich habe auch die Grafik zu Thüringen dargestellt. Und ich glaube, das, was, wenn man Steffen Mauer hat, der Soziologe hier aus Berlin, hat das auch versucht zu analysieren mit einem Buch, das gerade rausgekommen ist, der halt sagt, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, mit der Krisenerfahrung. Aber im Osten ist es natürlich auch noch eine Transformationserfahrung, die viel stärker noch zurückliegt. Und diese Transformationserfahrung hat auch dazu geführt, dass eben das partizipative Element, das Gefühl, ich habe Einfluss, ich kann da irgendwie mitwirken, dass das nicht so stark quasi gelebt wird oder wahrgenommen wird als Option, weil die Parteien nicht so stark verwurzelt sind. Das ist auch in Westdeutschland vielfach im Umbruch, aber man hat noch eine stärkere Parteibindung. Man kennt den Bürgermeister oder man kennt jemanden in der CDU oder bei den Grünen und man hat das Gefühl, man kann da irgendwie auch einen Input geben. Also ich glaube, die wichtige Rolle von Parteien, um Partizipation zu organisieren, die sehen wir halt schwinden und die ist vor allem im Osten eben durch die Transformation, hat die sich nie so wieder aufbauen können oder ist nie so entstanden. Das andere ist eben die Sage, wie kann man dann neben einem Parteiensystem vielleicht neue partizipative Motive, Modelle irgendwie überlegen. Ich persönlich war jetzt von der Konferenz for the Future of Europe, was jetzt auf europäischer Ebene das versucht hat aufzusetzen, so ab Bürgerräte, nicht so überzeugt. Da könnte man eine eigene Sendung zumachen. Aber der, Steffen Mau, sagt, wir müssten uns das angucken, ob man dann eben neben dem Parteiensystem in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik stärker, die über diese Bürgerräte vielleicht partizipative Elemente entwickelt, wo die Leute eben stärker das Gefühl haben, sie können da auch Input geben. Also das, glaube ich, ist ein wirkliches Problem. Das ist nicht ein Problem allein europäisch. Aber ich möchte trotzdem einen allerletzten Punkt zum Europa nochmal machen. Es gibt dieses spannende Wort, und das vielleicht jetzt auch dann als Abschluss, es gibt dieses spannende Zitat, irgendwie Europa ist entstanden in Krisen und man hat in Krisen den Fortschritt gemacht. Und wenn wir uns angucken, der Schuldenfonds ist ja auch schon erwähnt worden. Das war ja was ganz Besonderes, wie dann auch gerade Deutschland, Frankreich ja zusammen mit der Kommission dann eben den Vorschlag gemacht hat, dass wir das Kapital, quasi das Schulden gemacht wird und dass auf dem Kapitalmarkt sich Geld geliehen wird, um eben vor allem den Ländern zu helfen, die denen nicht die Möglichkeit haben, aus den eigenen nationalen Budgets jetzt stark gegen Corona eben Maßnahmen zu ergreifen und den Wiederaufbau dann zu organisieren. Insofern schon auch eine starkere Akte Solidarität und eben eine Entscheidung, da in der Krise wirklich etwas zu machen, was man vorher so in der Form nie gemacht hat. Mein Gefühl ist, dass wir diese katalytische Kraft von Krise, weil die Leute so in dieser Polykrisensituation, wo wir sind, wo wir, wir haben Klima, wir haben die Energiesituation, wir haben diesen Krieg in der Ukraine, das ist so dieses positive Effekt der Krise, die dann eventuell auch eben bei den Sachen möglich werden lassen, auch auf europäischer Ebene möglich werden lässt, dass diese Polykrise eben nicht mehr diesen katalytischen Effekt hat, sondern so eine Art New Normal der Krisensituation entstehen lässt und dann zum Teil wieder nationale Strategien eben überhand nehmen. Ich will das nicht so nicht so pessimistisch wirken. Ich glaube nur, dass es diese Gefahr besteht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu gucken, dass man jetzt eben in dieser Agenda, die sich für die neue Kommission informiert, man deutlich macht, wir sind noch in einer Krise. Und diese Krise ist eine, die man wirklich angehen muss mit einem starken, auch europäischen Programm für die nächsten fünf Jahre. Das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort. Den will ich jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen, weil ich glaube, wir könnten noch sehr lange jetzt drüber diskutieren. Vielleicht machen wir das einfach nochmal und machen hier Teil zwei. Wir werden sehen, ich danke dir erstmal ganz herzlich, Johannes. Das war wirklich super spannend. Ich danke euch allen für eure Fragen, schriftlich als auch mündlich. Ich finde, das war heute ein super interaktives Webinar, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke auch ganz besonders unseren mittlerweile 1.400 Fördermitgliedern, die das auch möglich gemacht haben. Ich habe den Link dazu nochmal in den Chat gemacht, wenn ihr auch Fördermitglied von Europe Calling sein wollt. Sonst gibt es nur wegen euch. Werdet Teil dieser Community. Wir schicken auch bald jetzt so nach der Wahl eine große Umfrage rum mit Themenabfragen, mit Meinungen und alles, damit unsere Fördermitglieder nochmal mehr mitmachen können, wohin Europe Calling geht. Welche der vielen Fragen, die wir heute angesprochen haben. Ich meine, das ist genug Material für die nächsten zwei Jahre. Welche Fragen wir da wirklich dann ganz fokussiert betrachten. Also werdet gerne Fördermitglied. Bestimmt ein bisschen bei Europe Calling noch mehr mit, als ihr jetzt hier in den Webinaren tut. Und danke euch und den schon jetzigen Fördermitgliedern für die Unterstützung. Ich sage damit, schönen Abend. Kommt gut raus und ist sogar noch hell. Also ihr könnt sogar nochmal raus. Sonst einen schönen Abend. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht vor Europa und werden da auf jeden Fall sehr bald wieder zum nächsten Europe Calling einladen. Und wenn ihr eine super Idee habt für Europe Calling 200, nämlich noch fünf Webinare bis Europe Calling 200, dann schreibt mir unbedingt eine E-Mail. Ich habe noch keinen Favoriten. Ich habe schon ein paar Ideen, aber schreibt gerne Europe Calling 200. Wen sollen wir einladen? Vielen Dank, Johannes Lindner. Vielen Dank euch allen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.